Hallo, da ist euer Robobox28 zu der nächsten Mission, da was kann ich mit dem machen. Da ist Michael und Dings. Michael und Franklin. Ich sehe mich nicht aus. Huuum. Human Labs, oder? Wo man noch etwas klauen muss. Wir können durch die Entschuldigung kommen. Hier geht's! Finde. 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 Jetzt... Finde. 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 Das ist eine Trommel... Es wird ein Grate über den Outlet. Townley, du hast den Cutter. Wenn wir da sind, geht's weiter. Geht's durch. Das ist das. Ich nehme den Oxyhydro-Cutter nach dem Grate. Das ist burning at over three and a half thousand degrees. Yeah, thanks for the science lesson. Can I keep this for the next Volt I have? You've got a limited supply of gas in the Cutter, so get this right. Alter. Ich muss nicht in die Nego-Ansicht machen. So, you got any more little facts for me from the instruction manual? You'd want some intel on the equipment we source, using your hard-won funds. Haha, I figured it was all gonna go on a wardrobe full of windbreakers. Oh, and maybe some nipple clamps. Oh, Feläch. Ok? Over the floor to the ground. Oh, Fertig. Gange. Auf die Zugang zum Labor. Auf die Zugang zum Glück. Ein schönes Veränderung von Trevor Phillips' zu beenden. Du fühlst das? Die Wasser wird wärmer. Du weinst deine Pantäne, Davey? Das ist ein Tunnel zu kühlen. Natürlich wird es wärmer. Kein Mensch uriniert. Ich weiß für ein Fakt, dass das nicht wahr ist. Das Problem mit diesem Job ist, dass ich nur die Kriminale wissen werde, die dumm genug sind, um sich selbst verabschieden zu werden. Ja, nur ich war nicht verabschiedet. Schmerzt du? Ich verabschiede mich selbst. Du machst einen Punkt. Das macht dich doppelt dumm. Das ist der dritte Turbine. Das ist ein Flugzeug. Mach es auf die Flasche, Leute. Da ist eine Lade. Mach es auf. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Los geht's. Komm, Davey. Was ist der Plan? Hey, hey, hey. Wir befinden uns die Toxin. Wir befinden uns unsere Wegstrategie. Das ist was wir haben. Great. Leid den Weg. Bankrumpf. Dein Job ist, dass wir das gekämpft haben. Dein Job ist, dass wir das gekämpft haben. Overt und non-lithal, so lange wie man kann. Against the wall. Quick. Whoa, whoa, whoa. What the? Shock him, Michael. Come on, let's go. Get that out of my face. Okay. Now hit the elevator. So what exactly does a neurotoxin look like? You're on a need to know basis, bank robber. Shut it. You're a joke. Elevator coming. Body on board. Stay vigilant. Out, out, out. Easy now. Easy now. Please, don't. Get the pass. No, no, no. All right. We go. How do you feel about this? I feel pretty damn fine. Yeah, if only your camera crew was here. Eyes right. Stay on top of this. Clear. Let's go. Two lab geeks. Gotta deal with them. I'm doing valuable. Sit down. Let's go. Core door goes around to the left. Stay against this wall. Security is scheduled to come through here. Team incoming. Make a call. I dare you. Just a little pin trick. What can a pin trick do? Ask the monkey. Go on. A tiny amount on your hands. Clear. We move forward. Swipe us in. Come on. Door. I don't know what you think you're doing. He's got the locking system overridden from in there. What's that? I'm on it. I said keep things covert. You. Hands up. Back up. Back up. And freeze. We get collateral. You might be safe, but big brain here isn't. Open. Stick up guy. You're expendable. Get the nerve agent. Get moving. I'm with me. This will make me. Mr. Grand Bay. The most dangerous man in the country. I'm also the most shit scared. Oh man. Thank you federal government. Put the humanitarians to sleep, Michael. The toxin is volatile. We need to get it into a refrigeration unit. Warning. The facility has been breached. The facility has been breached. You got it. The right weapon? This shit's about to get real. Oh man. Agency security. Shit. Everyone take it. Just get there. Break it through them. We gotta go. We gotta go. I never got it. Left. We need to be gone before the whole place gets set down. It goes the wrong way to work. Along here. To the left. This is for the greater good. Allegedly. Hold by the door. Hold by the door. We're gonna ask for that one. Sooner we're done the better. Shit. You don't have the ball. Everyone. Form up. On me. Now. In cover. Final search. Let's get that hot stop from the fridge. Reinforcements should be arriving. Wouldn't be surprised if they had the whole county on lockdown. Is that okay? Green. Hey. You work by the wrong branch of the government. Come on. Come on. Come on. Look at this idiot. I'm gonna need help get her. Don't shoot me. I'm carrying nerve toxins here. Motherfucker. Get the agent in the refrigeration unit. It's over in that container. Come on. Here we go. Get her on ice before the sell-by. Okay. Steady. Ah. Easy done to them. Just as I was getting used to having the apocalypse in my pocket. There you go. Philips is on his way. Good. Get this thing ready to move. I'm just a couple clicks out. It's a panic. Package ready. Package ready. Package ready. Get over here, man. I can't believe they spent the tank from the Polino job on this chopper. The flying pig rig. And we need a flying pig rig right now. We need a flying pig rig right now. I got the cockobop. I'm falling. Mids. Am I running around here? We'll get off from the tank. I don't know. I'm walking around here now. I'm coming up now. Oh, I'm going down here? I'm coming up now. I'm coming up. Es ist bereits in der Stadt. Es ist nicht zu früh. Wir gehen. Los geht's. Es ist zu risk, Bandito. Das Böse geht runter und nimmt eine halbe der West Coast mit ihm. Wenn du mit den Verletzungen bist, dann kommen wir mit einer Lösung. Okay, okay. Okay, du gehst, ich schaff. Fuck, es ist gut von mir. Und die totale Böse? Ich bin froh, dass ich nicht einer von ihnen bin. Komm schon. Los geht's! Oh, FIB, speziell agent, ich habe das geschaffen. Ich habe diesen Mann nie verletzt. Fuck you, ich sollte dich verletzen. Ich habe nur ein Ball von meinem Land genommen. Pull ihn weg! Geh uns raus! Du willst mit ihm leben? Was hat da passiert? Wo ist Agent Haines? Geh mir nicht, wir haben Kasselungen verletzt. Nur selbst verletzten. Der Mann hat sich selbst verletzt, damit er als Doppelagent zu passen kann. Vielleicht werden sie ihn mit einem 12-inch Aluminium-Flashlight verletzen. Haines took the easy way out. Wir sind diejenigen, die wir auswählen, dass wir die Regierungsbewegung auswählen können. Ich denke, Franklin ist derjenige, der die easy way zu nehmen. Der Mann hat seinen Fuß in einem Flugzeug-Flashlight verletzt. Schau, wir kommen einfach nach den Flugzeugen, damit wir das blöde machen können. Wenn du uns verletztest, ich nehme den Nerve-Agent. Herr Phillips, kann ich verletzt, dass du den Chopper verletzt hast? Ich habe mehr wichtiges Dinge zu beschäftigen, um zu messen mit diesem dummer Schraubchen zu beschäftigen. Wie Dinge, die eigentlich etwas bedeuten können. Nicht mit einer Krieg, sondern mit mit einem Schraubchen. Das ist das Herz. Ist er mit mir? Wahrscheinlich nicht. Ja. Hey, Frank! Was ist das, Mann? Ich hatte eine wunderbare Zeit, Trevor. Aber wir wissen beide, dass ich eine Worte für meinen Mann gemacht habe. Ich weiß! Du hast eine große Schmerz in dir. Aber du bist ein schönes Mann. Ich habe nie so glücklich und so schuld. In meinem Leben. Du hast ein schönes Weg mit Worten. Nein. Das ist das... Masse. Das ist alles. Das ist alles. Ich liebe mich. Ich bin nicht abhanden. Ich geh nach Hause. Du machst dich nicht? Ich weiß. Du machst dich! Ich weiß! Ich weiß! Es ist kein Hilf. Patricia. Was ist mit dem? Okay, now. Das ist gut. Eine große Schau. Dann wieder mal sagen. Man hört und zieht sich in der nächsten Mission wieder. Und ja. Bye-bye. Euer Robbenbox. Achtung.